Hallo Leute, herzlich willkommen zurück auf den Kanal Mr. Maximus und wir sind heute auf Rollschuhen unterwegs, die Marie mit ihren und ich mit meinen und wir machen heute Challenges mit den Inlinern und ja dann geht es gleich mal los. Und hier liegt einfach noch Eis in unserem Hof. Also die Challenge ist jetzt doch für die Marie, wir müssen hier den Berg runter und die Marie da muss runter bremsen, darf nicht irgendwie so andotzen, guckt so, dass wenn sie so schnell ist und nicht bremsen kann, dass sie dann einfach hier gegen fährt. Das geht nicht und das muss sie jetzt machen. Ja genau, darum fährt sie immer so einen Berg runter. Darum habe ich mir das ausgesucht. Okay dann, ich bin mal gespannt. Oh, fast schon hingefallen. Okay und jetzt in Malzweiggeschwindigkeit. Oh, alles okay. 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 So, sie ist geschafft. Wuhu, wunderfettig. Wuhu. Okay, es geht weiter. Hä, wo ist die Marie? Oh, oh. Ich schreie mich halt nicht so. Okay, aber jetzt weiter gehts. Okay, Max, deine Challenge ist hier, den Bordstein langzufahren. Also ein Bein auf dem Gehstag und ein Bein hier auf der Straße. Geschafft, okay. Jetzt kommt die nächste Aufgabe für mich. So Max, was ist meine nächste Aufgabe? Ich kann dir die mal zeigen. Du fährst hier auf einem Fuß. Du fährst dich auf einem Fuß und sprichst wieder hoch. Das sieht ein bisschen. Es ist gar nicht so leicht, wie es aussieht. Es sieht auf der Kamera auch gar nicht so leicht. Ich glaube, es ist leichter aus, als es eigentlich ist. Jeder kennt es, der Schamasch. Rollstuhlgefahren ist. Ich wollte dir gerade sagen, das sieht ziemlich schwierig aus. Und los! Ein Fuß, genau, Drehsprung. Nochmal! Okay, das war der Versuch. Genau, Drehsprung. Okay, das lasse ich nur noch gelten. Und auf einem Fuß. Okay, ich glaube, das gelte. Ja, es ist auch wirklich ziemlich schwierig. Und nächste Aufgabe. Okay, jetzt geht's los. Oh mein Gott, ich habe so gedacht, dass ich hinfalle. Okay, jetzt, ich glaube, ich war noch zu ruhig. Oh! Alles gut. Ich habe wirklich damit gerechnet, dass ich hinfalle. Aber es geht so, dass man sich, dass man balanciert. Nächste Aufgabe. Also Marys Aufgabe ist jetzt, hier der Bordstein, hier, hier hoch und dann auch wieder runterspringen. Ich mache das jetzt bloß nicht, weil vielleicht war ich hin und dann geht die Kamera kaputt. Okay, Marie, dann mach's einfach mal. Nein, hier so, hier so, hier so. Das gilt das nicht. Also, unser Platz ist gerade besetzt. Die Aufgabe wird gleich weiter gemacht. Aber wir fahren jetzt hier so den Berg runter. Aber nicht normal, es wäre ja langweilig. Sondern rückwärts. Uh! Und jetzt du, Marie! Das macht echt Spaß. Uh! Okay, und dann gehen wir jetzt zurück. Also nochmal. Höher, höher! Okay, und jetzt wieder hier so zurück. Aber ein bisschen tiefer. Oh, ich rolle rückwärts. Oh! Okay, geschafft. Dann jetzt noch die letzte Aufgabe für mich und dann war's das. Also, wir wollten nochmal erwähnen, wir sind noch nicht so richtige Profis. Ja, wir fahren jetzt seit zwei, drei Wochen jetzt. Okay, und dann gehen wir jetzt zur nächsten Aufgabe. Hier haben wir einen schon wunderschönen kleinen Hügel. Und da muss der Max jetzt ohne Hände mit seinen Rollschuhen oder Inlandskates hochfahren oder hochlaufen. Oh, da sind wir hier oben. Ja. Oh je. Schafft ihr das? Ich gehe mal ein bisschen zurück. Los! Okay, ist oben. War gar nicht so schwer. Soll ich auch wieder runter? Ähm, ja, kannst du machen. Pass aber auf. Oh Gott. Oh, da. Alles gut? Ja. Okay. Okay, Leute, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht zu liken. Und zornieren. Tschüss.